Was ist die Herstellung eines digitalen Gerätschattenummeldes? Die Herstellung eines digitalen Gerätschattenummeldes, die schwierig sind zum Abbau, wie Indium oder Gold, und Ansätze, wie es auch Strom braucht, um diese Geräte zu herzustellen. Die Nutzung von digitalen Geräten durch Jugendliche verursacht pro Tag über 1'000 Unmeldbelastungspunkte. Dazu gehört die Nutzung von Tablet, Laptop, Handy und so weiter. Werden Sch photos ist Ein choler, Laptop, Läden und so weiter zu vermeiden, und so weiter in der Karte über 120 Lțu liberlara auf Geräturgungflänze. Dieable Möglichkeit wird man durch Pictures ihrer Appens Darken Die Engelzeit machen wir das nicht und Ausgłość 7 joining aus, diewart der Gäste durch Daten. Und diese Betracht zurzeit ist auf będziemyđen, die man viel mehr über die Figuren fürocumentAIR Monoment-Arikanys und Untertitelung des ZDF, 2020